Hallo und herzlich willkommen bei Herzens Pferd. Ich bin Christina und heute geht es um ein immer sehr kontrovers diskutiertes Thema, nämlich Reithalfter, also hannoverisches Reithalfter, englisches Reithalfter, kombinierte Reithalfter, so in diese Richtung. Rund um das Thema Reithalfter kochen die Emotionen immer sehr schnell sehr hoch, was man natürlich auch verstehen kann. Die einen sehen es als absolutes Folterwerkzeug, dass das Pferd mundtot machen soll, die anderen finden es halb so wild. Ich werde in diesem Video versuchen, ein bisschen neutraler an die Sache ranzugehen, weil meiner Meinung nach gibt es sehr viele Vorurteile und auch Missverständnisse rund um Reithalfter und einige dieser Argumente, um das zu verteufeln, sind so nicht ganz korrekt. Nur um das vorweg zu schicken, ganz klar, wenn man Reithalfter einsetzt, dann müssen die korrekt verschnallt sein. Und hier geht es nicht nur darum, wie eng das zu ist, sondern auch, wo es am Pferdekopf sitzt. Es darf zum Beispiel nie zu tief unten auf diesem Knorpelteil der Pferdenase sitzen, sondern es muss hoch genug sitzen, damit es auf dem Nasenknochen platziert ist. Weil wenn das an diesem knorpeligen Teil und dann unter Umständen auch noch zu eng verschnallt ist, dann kann das Pferd sich daran verletzen. Und natürlich die Enge des Nasenriemens. Zwei Finger sollen reinpassen und zwar nicht an den Seiten und flach, sondern oben auf dem Nasenrücken hochkant. Dann sollten die Zügelhilfen generell immer fein gegeben werden. Ich habe schon einige Videos zu den Zügelhilfen und zur Zügelführung gemacht. Und Zügelhilfen werden nicht verstärkt. Es wird nur anders damit gearbeitet. Also vielleicht ein bisschen vibriert oder ich lenke mein Pferd auf eine Biegung ab, wenn es nicht auf den Zügel reagiert. Weil oft reagiert es auf die seitlich weisenden Hilfen dann nochmal eher, als wenn ich nur die ganze Zeit geradeaus im Zügel hänge. Was ich auf jeden Fall vermeiden will. Also es geht immer darum, möglichst feine Zügelhilfen zu geben und dem Pferd natürlich nicht weh zu tun. Und natürlich soll auch so ein Nasenriemen nicht dazu genutzt werden, um das Pferd zu unterwerfen oder es dazu zu zwingen, Schmerzen auszuhalten. Und da sind wir auch schon beim ersten Argument. Das heißt oft, naja, das Pferd, wenn das jetzt so einen Nasenriemen hat, der zu ist, kann es seinen Maul nicht mehr öffnen, um einer harten Hand zu entfliehen. Oder wenn es da irgendwie Schmerzen im Maul hat. Der logische Fehler für mich ist hier, auch ein Pferd ohne Nasenriemen, das seinen Maul öffnen kann, kann einer harten Hand nicht entkommen. Weil das ist ja nur, weil es seinen Maul aufmacht, geht ja nicht das Gebiss auf einmal weg. Es hängt ja immer noch da drin und die Hand hängt auch dann immer noch im Zügel. Dann öffnet sich einfach nur der Unterkiefer des Pferdes weiter und trotzdem hat es diesen Druck des Gebisses auf seinem Unterkiefer. Unter Umständen hat es dann auch noch mehr Schmerzen, weil es nämlich auch noch Zug auf die Unterkiefermuskulatur bekommt. Und dem ja nicht entfliehen kann. Also wenn man sich mal diese schrecklichen Videos anschaut, wo Pferde durchaus ohne Nasenriemen geritten werden und die Leute hängen denen in den Zügeln, dann sieht man aufgerissene Mäuler und Pferde, die ihren Kopf quasi an der Brust haben, weil sie versuchen, so den Zügelhilfen zu entkommen und sie schaffen es nicht. Das heißt, rein die Tatsache, dass ich keinen Nasenriemen am Pferd habe, heißt nicht, dass es durch den Öffnen seines Maules diesem Schmerz entkommen kann, wenn ich zu harte Zügelhilfen gebe. Das gilt übrigens auch für gebisslose Zäumungen, ja. Hier haben wir natürlich keinen Schmerz im Maul, weil da kein Gebiss im Maul ist, bei einer zu harten Hilfe, sondern wir haben Druck im Nacken und wir haben Druck auf dem Nasenrücken und dem Unterkiefer, je nachdem, was es für eine gebisslose Zäumung ist. So ein Seilpull macht da natürlich nicht viel Druck, aber alles mit Hebeln kann da wirklich massiv Druck machen und das ist auch nicht weniger unangenehm. Ich fühle mich da im Moment übrigens auch sehr mitfühlend, weil ich gerade eine Weisheitszahn-OP hinter mir habe und ich habe sowohl massiven Zug auf den Unterkiefer erlebt, als auch massiven Druck auf meinen Schädel und beides ist wirklich echt ätzend. Also das Argument, das Pferd kann durch ein Öffnen des Maules der harten Hand entfliehen, ist für mich so nicht korrekt. Tatsächlich ist es so, dass ein korrekt verschnalltes Reithäfter dem Pferd sogar helfen kann. Also gerade junge Pferde haben unsere Lehrbücher zum Beispiel nicht gelesen, die wissen nicht, wie die richtige Reaktion auf die Zügelhilfen ist. Man sollte da natürlich immer kleinschrittig und mit ganz viel Geduld und ganz viel Sanftheit dran arbeiten, aber es kommt öfter mal vor, dass ein junges Pferd auf eine Zügelhilfe, egal wie fein die ist, erstmal das Maul aufsperrt. Und ihr könnt das gerne mal an euch selbst testen. Ich mache das jetzt bei mir nicht ausführlich, weil ich da nicht mehr reden kann. Aber wenn ihr mal eure Finger in die Mundwinkel macht, gerne auch ein bisschen nach unten auf den Unterkiefer. Ja, und ich mache das jetzt einfach hier. Und stellt euch vor, das ist das Pferdemaul. Das hier ist das Gebiss. Dann kommt da Druck drauf. Solange das zu ist, geht das noch. Ihr könnt euch das auch am eigenen Mund machen, das geht noch. Wenn ihr aufmacht, tut es weh. Und das Reithalfter hilft dem Pferd dann, wenn da eins drin ist, es will das Maul aufmachen. Es kann es aber nicht ganz weit aufsperren. Und dann merkt es, ach so, okay, alles klar, Maul zu. Und dann kann es schneller nach einer anderen Lösung suchen. Zusätzlich erlaubt das Reithalfter nämlich dem Pferd auch seinen Unterkiefer darauf abzulegen und entspannt dann diese Unterkiefermuskulatur. Weil es muss dann eben nicht mit einem angespannten Unterkiefer gegenhalten, weil das eben auch nochmal sehr anstrengend ist. Da gibt es auch übrigens eine super Studie dazu, unter anderem von Hillary Clayton. Die macht total tolle Studien aus dem Pferdebereich. Und die hat herausgefunden, dass natürlich Verletzungen im Pferdemaul besonders auftauchen, wenn die Nasenriemen zu eng geschnallt sind. Das überrascht vermutlich keinen. Aber sie hat auch herausgefunden, dass die Verletzungen sehr hoch sind, wenn kein Nasenriemen da ist. Hier hat sie sogar herausgefunden, dass Pferde, die keinen Nasenriemen tragen, mehr Verletzungen im Maul haben, als Pferde mit einem locker, aber korrekt verschneiten Nasenriemen. Interessanterweise sagt sie auch, dass selbst bei gebisslosen Reiten Verletzungen auftauchen. Das ist eben, deshalb mache ich dieses Video, weil sich da, glaube ich, Leute gerne so ein bisschen drauf ausruhen zu sagen, ja, ich benutze ja keinen Nasenriemen oder ich reite ja gebisslos, deshalb bin ich automatisch sanfter zum Pferd. Diese Studie bestätigt, dass das nicht korrekt ist. Bei Pferdestudien muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Oft sind es einfach eine sehr kleine Menge an Daten, weil dann da irgendwie acht Pferde getestet werden. Die haben in dieser Studie 3.314 Reiter untersucht, und zwar ohne Ankündigung. Das heißt, die haben nach Turnieren immer das Equipment und das Maul des Pferdes gecheckt, ohne dass die Reiter das wussten und ohne, dass die da noch was dran ändern konnten. Und dann kommt das nächste große Argument. Mit einem geschlossenen Reithalfter wird verschleiert, dass der Reiter nichts kann oder dass der Reiter nicht fein genug reiten kann, weil das Pferd kann ja dann das Maul nicht aufsperren und man sieht dann ja nicht, dass das Pferd schlecht geritten ist oder dass es sich wehrt. Und auch da stimme ich nicht so ganz überein, weil ich finde, man sieht es sehr gut, ob ein Pferd jetzt gut geritten ist oder ob es sich unwohl fühlt, weil man sieht es am ganzen Pferdekörper. Also das ist ja nicht nur das Maul aufmachen, wo das Pferd dann zeigt, hier ist mir was unangenehm, sondern es zeigt es durch Kopfschlagen, es zeigt es durch Schweifschlagen, es hat Taktfehler, es läuft verspannt, der Rücken schwingt nicht mit. Also es gibt ganz viele Punkte, an denen man sehen kann, dass das Pferd jetzt nicht locker ist. Und das gilt übrigens nicht nur für Reiten mit Gebiss, sondern auch für gebissloses Reiten. Und ich finde es gefährlich, nur auf das Maul zu schauen und zu sagen, ja, das ist der einzige Indikator, weil dann bin ich eben auch ganz schnell dabei zu sagen, ja, gebisslose Leute können nicht zu viel Zügel einsetzen und können dem Pferd auch keine Schmerzen verursachen, weil es reißt ja das Maul nicht auf. Das stimmt aber so nicht. Also es ist eigentlich völlig egal, was wir am Pferd haben, wir müssen immer, immer, immer fein reiten und wir müssen immer auf den ganzen Körper und die Reaktionen des Pferdes schauen, um zu überprüfen, ob es jetzt vielleicht Schmerzen hat, ob ihm was unangenehm ist und ob es wirklich entspannt läuft. Ich habe in meinen 30 Jahren mit Pferden so viele unterschiedliche Pferde geritten, mit Reithalftern, ohne Reithalftern, dass ich finde, man kann da nicht pauschal sagen, boah, Reithalfter ist die letzte Tierquälerei oder Reithalfter ist es die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Man muss aufs Pferd schauen und im Endeffekt sind die Pferde unsere besten Lehrmeister. Also ich finde es auch wichtig, dass man immer mal wieder ausprobiert, mit welcher Kombination läuft mein Pferd denn am zufriedensten und die zeigen das, die zeigen einem das, man muss nur zuhören. Und ich kenne genug Pferde, die ich ohne Reithalfter geritten bin, die mit Reithalfter bedeutend zufriedener laufen und auch umgekehrt. Und dann fängt das ganze Gebissthema an. Welches Gebiss passt denn dem Pferd? Es gibt ja immer irgendwelche Modegebisse, die gerade innen sind. Aber sind die wirklich so cool für das Pferd? Will das vielleicht was anderes? Will es vielleicht gar kein Gebiss? Will es gebisslos? Also das ist so unterschiedlich, wie wir alle gerne unterschiedliche Schuhe anhaben. Und man muss es ausprobieren, man muss auf sein Pferd hören. Und ich finde, natürlich muss man sich informieren, aber man muss alles auch so ein bisschen gerade in so hitzigen Diskussionen mit einer Prise Salz nehmen und auch seine eigenen Erfahrungen machen. Ich persönlich reite je nach Pferd ohne Reithalfter, mit Hannoverschem, mit Englischem, gebisslos. Ich habe wirklich alles schon ausprobiert. Und ich finde, alles passend, wenn man es denn passend zum Pferd und zu seinen Zielen und zu seinen Voraussetzungen und den Voraussetzungen des Reiters und immer, immer, immer zum Wohle des Pferdes einsetzt. Und indem man es eben auch immer hinterfragt, warum man das tut. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Nicht einfach einen Reithalfter drauf machen, weil es an der Trense ist, sondern überlegen, okay, warum habe ich das jetzt drauf? Was bewirkt es bei meinem Pferd? Hilft es meinem Pferd? Hilft es mir? Schadet es? Also alles immer wieder mal hinterfragen, auch wenn man das schon eine ganze Zeit lang eingesetzt hat, immer mal wieder ohne probieren. Und dann eben schauen, welche Reaktion das Pferd zeigt, weil das ist wirklich immer die ehrlichste Reaktion. Und das ist auch die erste Meinung, die wir uns einholen sollten, wenn wir was an unserem Equipment ändern. Ich hoffe auf eine höfliche Diskussion in den Kommentaren. Und wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials, dann lass mir gerne ein Abo da. Tschüss!